Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Drakanzen Online zu den Patchnotes von Release 433, genau, das Release steht ganz im Zeichen des Sternengold Events, also das überarbeitete Sternengold Event und das überarbeitete Bezwinger, die unbezwingbaren Events. So, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir erstmal zu den Kleinigkeiten, weil die beiden Events sind so das einzig große, die neuen Sachen. Eine Sache, die sicherlich dem einen oder anderen sehr gefallen wird, ist, dass es in der Event-Tasche, das ist quasi hier, die Event-Zutaten, gibt einen zweiten Reiter. Im zweiten Reiter sind jetzt die ganzen Sachen vom, wie heißen die Dinge, vom verstärkten Feuergnom und Schlagzeichengnom und von der Draganwaffe. Sind die ganzen Event-Zutaten jetzt hier drin, ich habe die mal alle weggeschmissen tatsächlich, jetzt so gut, das habe ich Pech gehabt, ich habe keinen mehr davon, weil, hier haben sie mal im Inventar, haben sie mich immer genervt, aber einige Leute haben das ja immer nur aufgehoben und die haben jetzt bis zu 8 Plätze mehr im Inventar. Also, ja, läuft, ist immerhin schon mal ganz gut. Schon mal ein weiterer Anfang, wie gesagt, wird auch bestimmt noch irgendwas dazu kommen, ich weiß auch gar nicht, warum hier ein dritter Balken ist, also hier gibt es zehn, aber hier gibt es zehn auch einen dritten Balken, aber na gut. Es werden wahrscheinlich immer noch weitere Sachen hinzukommen, wie zum Beispiel der hier, die komische Trueschlüssel. Gut, da kommen aber das Spätere immer zu. Genau, das waren die Änderungen, News, Fehlerbehebung, da gab es ein paar kleinere Sachen, wie beim NPC, wo der falsche Beruf angezeigt wurde, das war in Wahrheit, keine Ahnung, Tau ist zum Beispiel als Berufsferienmagier, dann war er zum Beispiel plötzlich Juwelier, da gab es bei Okahi, das ist nur das, in Yalta-Petal, da wurde der falsche Beruf angezeigt, ansonsten gab es bei den Errungenschaftenproblemen, da gab es einen kleinen Symbolfehler, dann wurde ein Text nicht angezeigt und so weiter, dann sofort, also nichts Großartiges, was man jetzt so nennen könnte, außer das eine hier, das fand ich noch nicht sehr lustig, Mortis, ein Problem, bei dem der Ring des Todes nicht von Mortis fallen konnte, wurde überhoben, das heißt, alle, die in den letzten Wochen Mortis abgefarben haben ohne Ende und versucht haben, diesen Ring zu bekommen, ja, ging überhaupt nicht, also, ja, gut, passt. So, dann gab es tatsächlich vieles, das steht leider nicht im Detail drin, dieses Update bringt einige Änderungen mit sich, die die Leistung des Spiels in einigen Rechtern potenziell erhöhen wird. Das heißt, wenn du vorher eine Auslastung hattest von, ich sag mal, 40%, dann hast du jetzt noch eine Auslastung von vielleicht 35%, also so ein bisschen weniger, nicht viel, sondern so ein bisschen halt, ne? Gut, dann kommen wir zu den Events, und zwar das erste Event, das ist aktuell noch auf dem Test-Service, also das Bezwinge-die-unbezwingbaren-Event, wie dieses hier. So, ich hab gerade gesagt, hier geht's immer um Errungenschaftspunkte, ich hab natürlich nicht so viele, deswegen hab ich hier nicht so viel Fortschritt. Ähm, folgendes... So, da sind folgende Neuigkeiten, wenn wir zwingen, die unbezwingbaren Event, ähm, je nachdem, wie viel, auf welchem Level man ist, beziehungsweise auf welchem, wie viel Errungenschaftspunkte man hat, die Errungenschaftspunkte sind nach 5000 und 7000 gestaffelt, bekommt man andere Fortschrittsbalken. Ähm, wo es dann auch im Endeffekt ein bisschen mehr Loot gibt, das Ganze habe ich, war das jetzt hier als Übersicht, nein, da natürlich gerade nicht. So, das habe ich, warte kurz, so, äh, meine Maus funktioniert nicht ganz. Ach, egal. So, einmal hier, da ist quasi die Übersicht, je nachdem, welches Level man hat, bekommt man, äh, verschiedene Fortschrittsbalken, also die Fortschrittsbalken Stufe, jeder hat zwei Fortschrittsbalken, die Fortschrittsbalken Stufe, das ist halt quasi eine Art Rang für eine Stufe, Jeder hat zwei Fortschrittsbalken, so wie es hier steht, und je nachdem, welches Level man ist, bekommt man so und so viel, braucht man so und so viel Fortschritt für so und so viel Loot. So, man kann jetzt sagen, je höher das ist, desto besser ist es im Prinzip, wie gesagt, hier braucht man im Endeffekt 60.000 Fortschritt. Da gibt es eine Sache, die ich tatsächlich noch sehr einprangern muss, und zwar sind hier oben die Patch Notes für das Release, zip, da oben steht es für das Release 230. Im Release 230 hatte man uns noch gesagt, äh, hier, man braucht, wenn man Level 55 ist und Halbgratterstreiter, also die maximalen Punkte hat, braucht man insgesamt 33.000 Fortschritt für 640 Schlüssel. So, das sind umgerechnet, äh, ich hab ja einen kleinen Rechner, tada, je nachdem, was man gerade läuft, ich hab jetzt gerade mit 60.000 Fortschritt gerechnet, deswegen, das erstmal ignorieren. Ähm, hier hinten sieht man das, Kosten der Scherben, Qualfall lohnt sich am meisten, ist einfach so, könnt ihr auch, oder halt Infernal 7, aber wer hat schon so viele Infernal 7-Zugänge? Qualfall lohnt tatsächlich am meisten vom Fortschritt, wenn man wenig Svern-Scherben hat, so wie eigentlich fast jeder. Ähm, da hätte man hier, bei diesem Event, laut diesem Event, hätte man hier, wenn man ohne die Grotte farmt, hätte man 220 Zugänge gebraucht. Das heißt, ein, 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 ein Zugang kostet 10 Svern-Scherben, hätte man 2200 Svern-Scherben verballern müssen. So, jetzt ist ja die Frage, wie viele haben 2200 Svern-Scherben? Es sind nicht ganz so viele. So, ich hatte sie gerade so, ich hab glaube ich auf dem Live-Server 2700 Svern-Scherben, hier hab ich ein bisschen mehr auf dem Test-Server, weil es ja einen Bonus-Code gab, den man einlösen konnte. Der geht, geht übrigens nicht mehr. Ähm, das wurde ganz, ganz knapp, ich hab gesagt, gut, das schaffe ich vielleicht gerade so, den Fortschritt-Balken zu beenden. Hier oben hat man, hatte man auch noch, wie viel, wie viel man, äh, an, an sich bekommt. Wie gesagt, alle Zirkel, äh, Zirkel-Bosse besiegt, Portal-Boss besiegt, geheime Grotte und alles zusammen. Das ist man quasi auch, hier auch qualvoll, 186, beziehungsweise ohne die Grotte, weil die ist halt relativ zeitintensiv, gibt's hier pro Runde 150 Zugänge. Leider 150 Fortschritt, was erstmal völlig okay ist. 220 Runden. Jetzt im neuen Release sagt man uns, nee, komm, ihr macht nicht 33.000 Fortschritt, so wie es hier noch der Fall war, sondern ihr macht jetzt pauschal 60.000 Fortschritt. Was im Umkehrschluss wieder 400 Runden entspricht, wenn man auf Qualform macht, ohne Grotte. Was wiederum 4.000 Svern-Scherben entspricht. Diese hab ich nicht. So, somit ist dieses Event für mich jetzt schon beendet, bevor es angefangen hat. Es hat auch nicht mal angefangen, jetzt ist es schon beendet. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht hier gucken werde, ich möchte eigentlich nur diese ruhende Härte haben. Wie gesagt, hier ist eine drinne, hier ist die zweite, hier ist die dritte. Das müsste ich mir prozentual ausrechnen, das könnte ich ja tatsächlich sogar machen, auf wie viel Fortschritt ich kommen müsste, wenn ich nur die ruhende Härte haben möchte. Weil viel weiter werde ich auch nicht kommen, werde ich nicht nach hier oben kommen, die ganze Schlüsse zu kriegen. Schaffe ich einfach nicht, weil ich habe die Svern-Scheiben nicht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, man könnte ja auch die Svern-Scheiben kaufen, aber für einen Zugang 500 Andermann verballern, also wirklich verballern. Ich bin vielleicht noch nicht mal 2 Minuten bin ich komplett durch, also auf Qualvoll bin ich mit meinem Schaden komplett durch. So und Qualvoll schaffen nur mal wirklich relativ viele. Du bist nicht mehr 2 Minuten bist du durch und dafür 500 Andermann verballern, das ist verdammt teuer. Also wieso werden die deutlich günstiger, wenn die sagen, gut, die kosten nur 100 Andermann, würde ich jetzt vielleicht noch sagen, gut, ist super, ja okay, kaufe mir ein paar von. Aber das ist mir einfach zu teuer. Ich würde auch, wie gesagt, klar, die müssen, die müssen Geld machen, ne. Ist ganz logisch, ist ein Unternehmen, die brauchen Geld, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, die müssen alles mögliche bezahlen, die müssen die Server bezahlen. Klar, die müssen auch ein bisschen Geld machen, klar, ist total logisch, dass es auch ein bisschen was kostet, auch vielleicht, dass es ein bisschen Andermann kostet, ist alles völlig logisch. Aber die Andermann-Preise sind leider viel zu hoch. Jetzt haben wir so 400 Runden, ne, wenn man sich alles, wenn man keine Svern-Scheiben, angenommen hat, keine Svern-Scheiben, bräuchte man für dieses Event, gut, man kann jetzt in 10er Dingern kaufen, ich hab's jetzt hiermit gerechnet, bräuchte man in dem Fall jetzt etwas weniger als 200.000 Andermann, was ungefähr 150 Euro sind. Und so viel Geld habe ich aber leider nicht. Ne, ich glaube, die wenigsten haben Geld über, es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um alle anderen, die wenigsten haben Geld über und können sich sowas nicht leisten. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, wie gesagt. Im alten Fortzuzbalken hätte es vielleicht gerade noch so geschafft, mit meinen Svern-Scherben. Hier schaffe ich es auf keinen Fall. Es ist für mich persönlich, es ist nicht möglich. Vielleicht die Runde Härte bekomme ich noch, aber diese 641 Schlüssel, die bekomme ich auf keinen Fall. So. Soweit dazu. Das war es soweit zu dem Event. Ansonsten, wie gesagt, die Belohnungen, die kann man sich ja alle mal angucken. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, da kann man sich auch mal alles in Ruhe anschauen, was es da alles so gibt. Wie gesagt, ich persönlich spiele das Event nur wegen den Ruhen der Härte. Mal gucken, wie weit ich denn am Ende bin, wenn ich das alles erledigt habe. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Juti. Dann kommen wir zum nächsten Event, was hier leider nicht mehr auf dem Test-Server ist, sondern nur hier, ist das Sternengold-Event. Das Sternengold-Event, wie gesagt, da braucht man auch wieder Svern-Scherben für. Ja, deswegen, die Svern-Scherben sind hier nach sowieso schon theoretisch leer. Und dann kommt noch das Sternengold-Event, das Vollmode-Event, das Neumode-Event, das Wüste der Essenzen-Event. Alles kostet Svern-Scherben, 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 Svern-Scherben. So. Also, wie gesagt, die sind leer. Ich kann mir die nicht nachbasteln. Früher hast du so, pro Tag, wenn du wirklich einen Detail gespielt hast, hast du mal 500 Dinger gefarmt. Heute wird selbst mit 100 schon schwer. Wie die Werbung blockieren, ich habe da kein Interesse. So. Was aber das war. Keine Ahnung, ich habe gerade nicht geguckt. Aber mittlerweile sind die Svern-Scherben-Drops da deutlich weniger geworden. Auch wenn es, ist sie gerade da, ne, ist sie gerade nicht aktiv. Auch wenn ab und zu mal hier Svern-Scherben-Day, wie auch man das nennen möchte, ist. Selbst dann droppen die Svern-Scherben auch nicht so super toll wie früher. Also es lohnt sich einfach nicht. Wie gesagt, klar, man soll es kaufen. Wie gesagt, ich fand das perfekt gelöst beim Ost-Event. Beim Ost-Event hattest du die Eingänge der Farben können, was völlig okay war. Und beim Ost-Event, du brauchst es unbedingt die Essenzen. Die waren aber recht günstig. Das ist, glaube ich, 5.000 Essenzen für 499 Andermann oder so. Die waren tatsächlich sehr günstig. Was auch dann völlig in Ordnung ist. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt aber mal hier schon wieder gucke. Bei Event. Und bei den... Wo sind... Ach, die gibt es hier gar nicht mehr. Die Sternkoll-Essenzen. Die Sternkoll-Essenzen steht aber auch hier drin. Wie viel die kosten. Da gucken wir gleich. Das ist schon wieder ein bisschen teurer. Also ein bisschen viel teurer. Genau. Wie gesagt, man geht in die Arena rein. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das kann man sich gerne mal angucken. Wie gesagt, die Map-Design ist wie immer super. Das muss man einfach so sagen. Ist wunderschön. So, und hier ist halt der Sphärenwerk zur Skyfall-Arena. Das ist quasi die Arena da oben rein. Und hier sieht man das schon. Wo? Im Shop. Ein Zugang. Ein einziger. 1.500 Andermann. Das kann sich keine Sau leisten. Also vielleicht jemand, der wirklich extrem reich ist. Und dem ist sowieso egal. Ist klar. Aber ich sage mal so, der Durchschnitt kann sich jetzt auf keinen Fall leisten für Andermann. So. Auch hier 10 Eingänge. 15.000 Andermann. Du brauchst, glaube ich... Ich weiß gar nicht, was ich ausgeregt habe. Ich glaube grob 200 Runden. So ganz grob. Weil ich möchte das auch ganz gerne auch auf schmerzhaft machen. Weil ich tatsächlich da am wenigsten Essenzen verbrauche. Weil die Essenzen sind auch teuer. Wie gesagt, hier gibt es natürlich keine Beschränkung. Du kannst so viel Andermann ausgeben. Wie du willst, das macht sogar noch Sinn, dass es keine Beschränkung kostet. Aber auch hier. Du bist in einer Runde. Du brauchst den Zugang. Und du brauchst die Essenzen. Beides kannst du dir mit Andermann kaufen. Ja, es wird sau, sau teuer. Das heißt, pro Runde kannst du ganz so grob, wenn du die Essenzen mitrechnest, mit grob 2000 Andermann rechnen. Nein. Einfach nein. Wenn du 200 Runden brauchst, jeweils 2000 Andermann, kann man sich das ausrechnen, dass es dann dauert 400.000 Andermann. Nee. Einfach nee. Einfach nein. So. Tabo mit Zwerenscheiben kostet im Prinzip, wenn man es runterrechnet, kostet ein Zugang 15 Zwerenscheiben. Ist also auch ziemlich teuer, selbst an Zwerenscheiben, die ja eigentlich sowieso leer sind. Weil wenn du das E-Bahn-BDU hier oben verballerst, hast du eh keine Zwerenscheiben mehr. Das heißt, kannst du sowieso vergessen. Äh, wo war es jetzt? Da. Ja, kann einmal am Tag gekauft werden. Das heißt, du kannst dann einen Tag 18 Zugänge kaufen, danach ist Ende. Wie gesagt, gut, das läuft seit 10 Tagen lang, das Event. Aber trotzdem, das ist quasi begrenzt. Okay, ja, gut. Bei Emilie, das ist auch eine Sache, die ich zum einen gut finde, zum anderen nicht so gut finde. Ähm, du kannst dir mit Gold kaufen, die Zugänge. Jeden Tag, das kann ja zweimal erworben werden. Du kannst 33 Stück kaufen, also 66 Stück pro Tag. Kostet aber dann auch jeden Tag ungefähr, glaube ich sogar ziemlich genau, 50.000 Gold. So, hat nicht jeder das Glück wie ich, dass er nicht so viel craftet und nicht so viel craften muss und noch ganz, ganz viel Geld überhat? Nein, weil meistens ist es tatsächlich leer. Wenn du schon überlegst, dass ein Craft-Wenn-Versuch auch schon mal 1.000 Gold kostet, sind die Zugänge, also die Goldpreise sollten da auch mindestens halbiert werden. Das tut dir auch keinen weh. Ich meine, gut, klar, die möchten natürlich lieber, dass man das mit Andermann kauft, aber ja. Mit Andermann ist auch einfach zu übertrieben. Selbst wenn man hier sagt, das kostet 150 Andermann, okay. Aber das Zehnfache, nein. Okay, genug gemeckert, geht's weiter. Ersteigenkot Essenzen. Ach, wieder was zu meckern. Hier kosten Essenzen, wie gesagt, beim Ost-Event kosteten 5000 Essenzen, ich glaube 500 Andermann. Ja, hier sind sie auch wieder deutlich teurer. Ja, leider. Kann man auch wieder für Gold kaufen. Das ist auch das, was ich machen werde. Ich werde die Essenzen definitiv für Gold kaufen. Ja, ich habe mal ausgerechnet, ich brauche ungefähr 500.000 Andermann nur für die Zugänge. Plus Essenzen, also gute 6.000 bis 700.000 Gold. Ja, es wird verdammt teuer. Also wird auch das Sterngold-Event so folgendermaßen ablaufen. Ich werde dort reingehen, werde so viel farmen, wie ich kann. Also das ist das Essenzheim habe ich ja nicht, deswegen nur mit Gold. Das andere bleibt mir ja selber nicht über. Und werde da versuchen, die goldene Fee zu bekommen. Die ist hier unten, die goldene Fee. Weil die ist tatsächlich mit 26% Erhütterschaden und 10% Laufgeschwindigkeit. Somit das stärkste Tier, was es aktuell gibt. Das stärkste Pet-Tier, wie auch immer. Genau. Man kann natürlich noch den kleinen und großen Sterngold-Meteorit kaufen. Inhalt und Kosten, hier sieht man das. Das kostet hier zum Beispiel 8.000 Andermann. Da gibt es vielleicht, dass man das Glück hat, eine Sterngold-Event-Ausstattung für drei Stunden bekommt. Vielleicht, mit einer Chance. Wie auch immer, wie hoch immer die Chance ist. Oder mit einem Zugang. Ja, garantiert sind 2100 Essenzen. Das wäre hier die Essenzen. 2100 wäre quasi das Ding und das Ding zusammen. Das heißt, hier kostet es... Ich überlege auf was anderes. Okay. Ja, hier kostet es gute 1200 Andermann. Ja. Das heißt, du zahlst 1200 Andermann jedes Mal, um eine Chance zu haben, einen Eingang zu bekommen. Um eine Chance zu haben. Gut, kann man machen, muss man aber nicht. Hier zeigt man auch ein bisschen mehr Andermann für die Chance einer Event-Ausstattung. Okay, kann man machen. Die komische Truhe. Die komische Truhe ist am Ende. Die habe ich auch einmal geöffnet. Und da kann halt folgendes drin sein. Einmal die Feuerwerksrakete, das Reittier. Dann, es kann Sterngold drin sein. 25, 18 oder 200 Fortschritt. Also im Prinzip Fortschritt. Essenzen können drin sein. Wie gesagt, wenn man 500 Essenzen rausbekommt, ist das schon sehr geil. Komische Truhen-Schlüssel. Das heißt, wenn du einen komischen Truhen-Schlüssel reinballerst, kannst du mit einer Chance auch bis zu zwei Stück wieder rausbekommen. Okay, kann man gut machen. Die goldene Feest ist da drin. Außergewöhnlich oder magisch, ist eigentlich egal. Man kann sie auch mit Kreisterit am Ende hochziehen. Es gibt vielleicht einen geschliffenen, einen strahlenden oder einen perfekten Edelsteinbeutel. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann lohnt sich das wenigstens. Es gibt 20 oder 50 Tragen. Also das ist alles zufällig, Dinger. Dietricher, 8 oder 13. Ich weiß nicht, warum diese Krumme zahlen. Wir können auch 10 oder 15 machen. Okay. Es gibt eine Chance auf ein vergoldetes Kleblatt. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, wenn man da schon so viel Andaman für ausgibt. Und es gibt eine Chance auf drei Kreisterit. Okay. Schlüssel kann man erhalten, indem man den Endgegner der Skyfall-Arena besiegt. Die Beute-Chance hängt von der Schwierigkeit ab. Das macht natürlich Sinn. Ich sag mal, als Beispiel kriegst du auf Schmerzhaft kriegst du ihn zu 10%. Auf Infernal 3 kriegst du ihn zu 70%. Oder sowas ähnliches. Muss man halt, ne? Kann auch im Shop erworben werden. Wie gesagt, je nachdem, wie viele man kauft, wird es ein bisschen günstiger. Ja, stimmt sogar. Ja, aber wie gesagt, für den Preis ist mir das Ding natürlich auch viel zu teuer. Die Goldene Fee kann auch vom Boss droppen. Wie gesagt, man muss es nicht, man muss nicht diese Truhen öffnen, um diese Goldene Fee zu bekommen. Sie kann auch vom Endboss droppen. Ja, das ist die Sterngold-Ausstattung. Wie gesagt, 15% mehr Sterngold, also Stapelgröße. Äh, was? Achso. Ja, 15% mehr Sterngold, 50% mehr Sensen. Du bist immun gegen alle kosmischen Debuts der Skyfall Arena Boss, das ist eigentlich ziemlich egal. Es besteht die Chance, dass alle Gebietswächter einen Sphärenweg fallen lassen. Das ist schon wieder ziemlich cool. Das ist tatsächlich wieder etwas, wo es sich tatsächlich sogar lohnen würde, sich ihn zu holen. Wenn man das Geld hat. Ich hab das Geld nicht. Äh, die Event-Ausstattung, die ist tatsächlich sogar hier noch drinnen. Die kostet 30 Euro für 10 Tage. Ist mir eindeutig zu viel. 30 Euro für 10 Tage. Beziehung über Zwingwand kostet 20 Euro. Äh, kann man sich vielleicht noch überlegen, wenn man das... Andi, das ist halt vorverkauf, was? Also die Event-Ausstattung... Achso, 15 Schlüssel, 30 Draken, Sphärenscherben, Greifen, Federn. Okay, das brauchen wir alles nicht. Gibt es das Ding auch alleine? Vorhin mit Event-Ausstattung ein Jahr? Nein. Okay, das gibt es wahrscheinlich nur in diesem Bonus-Ding drin. Okay. Ja, 20 Euro, weiß nicht, ob man sich das holen möchte. Ich persönlich kann mir das nicht leisten. Genau, dann gibt es zum Sterngold natürlich ein Gewinnspiel. Wie gesagt, je nachdem, wie viel Sterngold man hat, wird es am Ende ausgelost. Und wie gesagt, da gibt es einen lang vergessenen Skelett-Drachen. Also der Mord des Drache, kündliche Edelsteinbeutel und einmal das Siel-Set. Handstoff von Siel? Ja gut, für den Magier heißt es zum Beispiel Gürtel des Eifers. Ring des Eifers. Also im Prinzip dieses Set gibt es dann auf Range 10. Für den ersten Platz, für den zweiten Platz auch. Für den dritten Platz gibt es nur den kündlichen Edelsteinbeutel und 1000 Draken. Die haben wir tatsächlich sogar fast noch lieber, als von den beiden Plätzen. Und wie gesagt, auf Platz 4 bis 11, wie gesagt, die Top 100 Plätze, die dann ausgelost werden. Wie gesagt, du kannst auch theoretisch mit einem Fortschritt gewinnen. Die Top 100 Leute kriegen dann eventuell irgendwas davon geschenkt. Guti, das war es soweit zu dem Event. Wie gesagt, hier kann man sich nochmal angucken, wie viel Fortschritt man braucht aktuell. Wie viele Runden man braucht und so weiter und so fort. Mich persönlich interessiert eher, dass das ohne Grotte und selbst hier merkt man auch qualvoll ist im Prinzip das, was sich am meisten lohnt. Also die Kosten von den Sphärenscherben. Ja, wie gesagt, ab Tödlich kostet es zwei Zugänge, ab Infernal 1 schon drei Zugänge. Lohnt sich alles nicht. Also wie gesagt, ich hätte es schön gefunden, tatsächlich, wenn man das so gemacht hätte, dass je höher der Modi ist, desto sparsamer es auch ist. Dass wenn man jetzt, ich sag mal, als Beispiel in Final 3 laufen könnte, dass man dann keine 4000 Sphärenscherben braucht, sondern nur noch 2000 oder so. Das ist wirklich, quasi, wirklich skaliert. Hier ist ja einfach nur so, du musst dir quasi das Richtige raussuchen. Mal wird es mehr, 6000, 4000, 4000, 6000, 6000, 5000, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 600, 5000, wieder 5000 und so weiter und so fort. Das ist halt so, einfach so hin und her. Lohnt sich nicht wirklich. Und ich hätte halt mir gewünscht, dass es einfach ein bisschen mehr Fortschritt gibt, zum Beispiel aus der Grotte, dass es sich auch wieder lohnt. Wenn man hier die Map umklatscht, den Boss umklatscht, hat man 150 Fortschritt. Und für die Grotte, nochmal die komplette Grotte, man muss dann, glaube ich, meistens bis zum Ende laufen, für nochmal so ein bisschen Fortschritt. Ja, ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Aber es kann jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, für mich ist das BDU schon beendet, bevor es angefangen hat. Ich gucke mal, ob ich noch die Runde Hertha bekomme. Die Truben werde ich auf keinen Fall aufmachen können, weil so viel Sphärscherben habe ich nun mal einfach nicht. Ich denke, es geht vielen anderen Leuten genauso. Also, denke ich einfach mal, ich weiß nicht, ob es so ist. Und ja, wie gesagt, die Runde Hertha, die, die und die hier vorne, die hätte ich ganz gerne. Wird sich einfach zeigen, ob das so funktioniert. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und da würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und viel Spaß bei den Events. Tschüssi! 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 Vielen Dank.